Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Heute sprechen wir einmal über die derzeitigen wahrscheinlichsten Leaks zur nächsten Season als auch zum neuen DLC Lightfall und darüber natürlich hinaus. Da es sich hierbei um Leaks handelt, solltet ihr das alles nicht zu ernst nehmen, denn schlussendlich könnten all diese Ideen auch Fake sein. Genauere Infos erhalten wir nächste Woche Dienstag zum Showcase. Diesen Showcase werde ich auf Twitch natürlich live um 17 Uhr mitverfolgen und mit euch natürlich im Anschluss kommentieren und analysieren. Danach starten wir frisch in die neue Season, also Season 18 und bereiten uns auf den nächsten Day 1 vor. Doch erst einmal jetzt zurück zu diesem Video. Die nächste Season wird uns laut League im Piratenstil geboten. Die Gefallenen werden hier also wieder in den Fokus gerückt und Eramis gelangt es, sich aus ihrem Stasis Gefängnis zu befreien. Osiris erwacht im Übrigen endlich auch aus seinem Kumerschlaf und ich denke hier werden sich Osiris und Saint Fortin so einiges noch zu erzählen haben. Die nächste Season Aktivität heißt im Übrigen Plunder und was genau hier abläuft, beschreiben einige Leaks auf unterschiedliche Art und Weise, weshalb ich euch hier leider keine genauen Infos geben kann. Das neue DLC, was uns erwartet, heißt leidvoll und genauso wie jedes andere DLC erhalten wir auch hier einen neuen Zielort. Als neuer Zielort erscheint uns Neptun. Einige von euch denken, dass wir mehr zu der schon länger geleakten Rasse, die Whales, erfahren werden, doch da muss ich euch leider enttäuschen. Die Whales, also die Verhüllten, sind als Idee einer Rasse verworfen worden. Um genau zu sein, sollte die Whales laut dem aktuellen League nie als eine Art Rasse hervorstechen, sondern eher als eine Art, ja, mächtiges Artefakt dargestellt werden. Dazu aber gleich mehr. Story-technisch werden wir leidvoll also mehr zum Zeugen erfahren als zu einer neuen Duklites-Rasse. Der Zeuge ist hier auf der Suche nach einem Gegenstand der Macht einer Art Artefakt, um dem Reisenden natürlich in die Knie zu zwingen. Das Artefakt wird hier auf Neptun von einer friedlichen Alien-Rasse bewacht. Im Übrigen, Elsie's Brave Fish kommt anscheinend von Neptun. Das könnte sie somit auch wieder in den Fokus der Story rücken. Von dieser neuen Alien-Rasse erhalten wir dann nun das Wissen zu einer neuen Subklasse, die übersetzt Der Strang heißt. Sie basiert auf die Idee des Flusses von Leben und Tod einer Art Schicksalskette, die uns als eine grüne Subklasse angezeigt wird. Der, ich nenne ihn mal Webseiten-Analytiker Josh Hunt, hat auf seinem Twitter-Account vor kurzem den Code zur Section zum Lightfall-DLC an seine Community weitergereicht. Der Codename der Lightfall-Website-Kategorie lautet Nebula. Hier gibt es die Kapitel Our End, Strand, Outrun, Editions und Collected Edition. Im groben Ganzen wurde somit der Leak zum Namen der neuen Subklasse von Bungie bestätigt, aber noch nicht auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben der Idee der Vergiftung arbeitet Bungie laut Leaks an einer Art Enterhaken zur Fortbewegung und Transversierung. Doch die Umsetzung ist noch nicht so weit, um genaueres natürlich darüber zu sagen. Diese Fähigkeit dient uns als Hilfsmittel, um gegen Kalos, der nun der neue Kommandeur der Mondpyramide ist, vorzugehen. Er hat nämlich vom Zeugen die Aufgabe erhalten, das Artefakt zu besorgen und zu ihm zu bringen. Der Zeuge gelangt an das Artefakt und benutzt es, um an die finale Form zu gelangen und besiegt damit den Reisenden. Verhüter verfallen daraufhin in ein ähnliches Szenario wie aus der Roten Schlacht, als uns das Licht dann genommen wurde. Eine weitere Theorie besagt, dass der Zeuge die Hauptpyramide mit dem Reisenden kollidieren lässt, wodurch ein riesiges Portal entsteht. Wir fallen durch dieses Portal und gelangen in ein Gebiet, welches der Venus ähnelt, mit riesigen Stadtkomplexen. Doch was es damit auf sich hat, ist ebenso unklar wie alles andere. Kleine Info noch aus dem Schnitt, soeben wurde nämlich von Ginso als auch Josh Hunt auf Twitter der Hinweis fallen gelassen, dass wir den Kingsfall Raid nun offiziell als wiederkehrenden Raid am Freitag erhalten werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide Ehren ist so gering, dass wir daher mit Sicherheit von einer Bestätigung des Raids anstelle eines Leaks ausgehen können. Neben dem wurde auch der Name der nächsten Season genannt, der Season nämlich of Plunder, also Season der Plünderung. So, aber das war's tatsächlich schon. Alles weitere werden wir wohl erst am Dienstag erfahren. Ich selbst werde, wie schon erwähnt, um 17 Uhr anfangen zu streamen und neben dem Showcase auch mit euch natürlich in die neue Season hinein starten. Als Dankeschön für all euren Support werde ich zudem eine kleine Emblemverlosung veranstalten. Bis dahin euch allen noch viel Spaß natürlich mit Destiny 2 und wie immer einen wunderbar guten Grind. Bis zum nächsten Mal.